Deutsch, wie du es nicht im Wörterbuch findest. Ganz oft fragt ihr euch wahrscheinlich, was sagen die Deutschen eigentlich wirklich. In diesem Video werdet ihr ein paar Ausdrücke hören, die ihr so nicht im Wörterbuch findet. Viel Spaß! Zur Begrüßung sagt man zum Beispiel Guten Tag, das geht in ganz Deutschland. Grüß Gott, das ist eher im Süden häufig. Hallo, Hi oder Servus. Gerade das letzte, Servus, klingt ziemlich cool. So, wenn wir uns dann begrüßt haben, dann kommt natürlich die nächste Frage. Und das ist, wie geht's? Darauf sagt man meistens, mir geht's gut und dir? Andere Leute sagen aber auch Dinge wie, alles klar oder alles klar bei dir? Und dann ist die Antwort, ja und bei dir? Und wenn man ganz cool sein will, dann sagt man meistens sowas wie Hey, was geht? Oder was geht ab? Und dann antwortet man zum Beispiel Ja, es geht. Oder es passt. Passt so. Geht so. Oder natürlich auch wieder Mir geht's gut. So, jetzt machen wir mal weiter mit ein paar typisch deutschen Wörtern. Zum Beispiel das Wort eigentlich. Naja, eigentlich wollte ich das die ganze Zeit sagen. Eigentlich ist es ganz gut. Eigentlich macht es Spaß. Aber. Und dann kommt immer das kleine Wort aber. Ein anderes typisches deutsches Wort ist das Wort ziemlich. Ja, das ist ziemlich gut. Ziemlich schön. Ziemlich alt. Ziemlich neu. Aber eben nur ziemlich. Ziemlich. Also. Also, was machst du eigentlich? Also, ich weiß nicht. Also, naja. Und sowieso. Sowieso. Naja, ich weiß alles sowieso. Sowieso klar. Sowieso nicht so interessant. Und sowieso eigentlich habe ich ziemlich die Nase voll von diesem Thema. Jetzt gehen wir gleich zum nächsten. Im Deutschen gibt es natürlich auch, wie in den meisten Sprachen, das Wort Wow. Ein weiterer Punkt ist das Wort Fett beziehungsweise Krass. Diese beiden kann man so wie sehr verwenden. Und das bedeutet dann so etwas wie sehr toll, fett toll, fett krass, krass gut, fett gut oder total gut. Die meisten haben wahrscheinlich auch schon mal das Wort geil gehört. Geil bedeutet eigentlich so etwas wie super in der modernen Sprache. Dieses Wort sollte man aber eher mit jüngeren Leuten verwenden. Bei Älteren führt das eher zu Missverständnissen. Und wo wir schon gerade beim Thema sind, sollte man natürlich auch das Wort Scheiße erwähnen. Das ist das Lieblingswort der Deutschen. Oft kommt es auch in der Kombination wie scheißegal, also mir total egal. Und im Süden sagt man dann oft auch mir wurscht. Wenn sich jemand mal wieder total aufgeregt hat, könnte er einfach sagen, chill mal oder chillt mal. So, ich denke, das ist jetzt erstmal genug. Und zum Verabschieden sagt man normalerweise Tschüss, Ciao oder bis bald. Also, bis bald. Ciao. Tschüss.